Entering Omega Outpost. Okay. So, 72 Gegner, ein Secret. Diesmal keine Besorgfähigkeit, also werden wir diesmal tatsächlich Waffen benutzen, die nicht nur aus meiner Faust bestehen. So, wir sind wieder mal in einem weiteren Teil von Chaingunnerhassen, sich selbst am meisten. Natürlich können wir hier noch schon mal, ne, können wir schon mal aufs Chor nehmen. Den hier können wir uns schnappen. Und hier halten wir einfach schön rein. So, zack, zack, zack. Danke, danke. Oh. So. Oh, was sehe ich denn da unten Schönes? Perfekt. Zack, zack, zack. Boah. Aha. Ja, ich höre ihn auf jeden Fall schon, den Arch-Vile. Oder? Oder sind es nur Revenants? Ne, ich glaube es sind sogar nur Revenants. Ha. Was hat das denn gemacht, was hat das genau gemacht, das hier? Da können wir jetzt hin. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Zack, zack, zack. So. Aha, doch, ne, ein Arch-Vile. Na, also. Wunderschön, wunderschön. Dann gucken wir doch mal kurz, was wir hier jetzt zugänglich gemacht haben. Auf jeden Fall ein bisschen Muni. Sehr schön. So, irgendwo war ein Chain-Gunner. Ah. Okay. Hier werde ich mit der Chain dann kurz rauffeuern. Wir warten, wir warten, wir warten, wir gehen. Ja, gut, komm. Wir kommen mal kurz auf Kuschelkurs. Sehr schön. Oh, what the fuck? Das ging jetzt aber ein bisschen... Das ging jetzt aber ein bisschen zu schnell. Das ging mir jetzt echt ein bisschen zu schnell. Ah, gemein. Oh, sehr schön. Wir machen das diesmal auch ein bisschen brachialer einfach. Müssen ja immer noch das Secret suchen. Gemein an der Stelle auch. Ja, also. Ähm. Ah. Jetzt. Und hier war dann das Exit direkt. Genau. Okay. Das heißt, uns fehlt nur noch das Secret. Ja, dann würde ich mal sagen, suchen wir das. Okidoki. Das Secret. Und zwar dort, wo der Mankobus liegt. Und zack. Und zack. Holen wir uns einfach ein bisschen Paketen und eine Souls 4 durch das Anschießen des Schalters. Yay. Und zack. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. War doch ein schönes, kleines Levelchen. Diesmal auch wieder ein bisschen einfacher als einige der anderen. Aber gut, das ist ja eigentlich natürlich bei so einer Collaboration. Ich weiß nicht, ob die in irgendeiner Form nach Schwierigkeit sortiert wurden oder nicht. Keine Ahnung. Aber gut. Aber gut. Würde ich mal sagen. Sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.